Blablabla, dein hallo und herzliches Willkommen zurück zu Solar Light and Luda Dark. Es ist jetzt das vierte Mal, dass ich diese Aufgabe starte. Einfach weil ich ein ziemlich blödes Gesicht bin und einfach nicht... Ich kann nicht mal... Wisst ihr? Google nach etwas, weil ich nicht weiterkomme. Und dann lese ich das so verdammt falsch, dass ich ewig noch suchen muss. Was ist First Battle? Blablabla. Wir müssen jetzt nach WK City, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber wir müssen mit dem Boot fahren. Das Ding ist, der Typ in Bot City oder wie auch immer das Kaffee ist, hat seinen Schlüssel verloren. Und ich habe halt anfangs nicht gerafft, dass es wirklich der Typ ist, mit dem man fahren muss. Aber ja, wie hieß es? Ich habe halt gegoogelt gehabt, dass es ein Mädchen gibt. Erst habe ich das falsch gelesen, dass es im Haus steht. Jetzt habe ich nochmal richtig gelesen, dass es nahe eines Hauses. Und dann bin ich in der falschen Stadt unterwegs gewesen. Jetzt müssten wir langsam aber dieses Finden. Irgendein Mädchen nahe eines Hauses soll es sein. Holy shit. Ich bin nämlich erst in Port City durch die Gegend gelaufen und bin fast ausgerastet, weil da kein Kind durch die Gegend kam. Das war der Wahnsinn. Das war richtig Spaß. Was ist jetzt dieses Scheißkind oder ist es doch in irgendeinem Kackhaus drin? Ich kriege hier fast die Krise, Alter. Das Ding ist, wie ich koppel auf sowas, dass irgend so ein Pisser in Port City das Schlüssel verliert und der einfach hier ist. Warum macht ihr eure Türen zu? Ja, ist okay. Du bist ein junger. Ich spreche trotzdem mit dir, weil ich über Splang My Friends at 3% wie mein Mann vorhin aus. Und now she's put me in der Haustache ist. Ist okay, ihr dürft jetzt wieder mein unglaublich tolles Dichtfahrt in das Englisch ertragen. Ich weiß, da seid ihr bestimmt richtig hype drauf. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Kackkind das ist. Das ist doch nicht mehr schön. Wie soll das? Ich gucke jetzt extra nochmal nach. Ja, Hyper City. Das ist doch der Wahnsinn, wie ich mich dieses Spiel trollt. Oder hast du ihn? Nein! Nichts mal mitreden. Ich habe die Wikipedia-Seite doch offen, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich gucke jetzt kurz. Oh shit. Das wollte ich gar nicht. Das will ich doch gar nicht wissen. Es ist doch in einem Haus drin. Ich hasse dieses... Ich kann nicht mal scheiß Wikipedia-Seiten richtig lesen. Es ist der Wahnsinn. Mir ist dieses Scheißkind. Ich kriege durch die Krise. Hier muss es jetzt aber sein, oder? Oh Gott. Danke. Are you? And then he asks you to get this... Okay. You always forget them. Please take them to him when you can. So, so löst ihr das Problem. Thanks! Ich denke, er hat es verloren, aber zu vergessen und es ist seine Tochter. Es ist... Es ist okay. Es ist okay. Jetzt rennen wir die Scheißrute wieder entlang. Ich bin jetzt schon so... Ich gehe in der letzten Stunde. Weil ich einfach überhaupt keinen Plan vom Leben habe. Das ist der Wahnsinn. Das ist... Ich bin richtig hyped. Ich will jetzt also nicht kämpfen, weil ich keinen Bock auf diese Viecher hier habe. Deswegen habe ich Doc vorne. Weil Doc nicht meist endet hat. Ich will mich die ganze Zeit über abhauen. Hey, wir sind schon mal vorangekommen. So wie die anderen Versuche, die ich gestartet habe, dieses Projekt weiterzuführen. Ähm, ja, damit weiß ich auch, wie es weitergeht. In Klammergesetz zumindest habe ich jetzt einfach in den nächsten Abteil geschmissen und muss da sehen, wie ich rankomme. Das ist schön. Damit können wir auch erstmal ein bisschen weiterspielen. Vielleicht nehme ich mehr auf, vielleicht sterbe ich auch einfach in Depart und die Headbutt-Trees sind immer noch viel zu fett. Das werdet ihr alles sehen. Ich weiß nicht, ob ich den Versuch aufzunehmen schon erwählt habe. Wir haben nur noch diese sechs Pokémon. Also wenn die draufgehen, ist Schicht im Schacht. Und ist Hollerleit dann voll beendet. Und nur so, dass es nichts mehr kommt. Und ich lecke gerade, wie Hölle. So. Meine Güte, ich bin gerade in Quatschlaune. Da war ich heute. Äh. Im Stream von Foxy dabei. Ey. So. Eine Aussage getätigt, die nicht mit Rage zu tun hat. Oh, Abfahrball. Scheiße. So, was mir auch aufgefallen ist, den Versuch aufzunehmen. Im Halbsteam besteht das Elektro-Pokamon. Das finde ich nicht ganz so schön. Ich meine, ich glaube, sehen zu haben, dass die Acht Arena ein Elektrotyp ist. Geht's nicht weiter. Aber ob wir bis dahin noch alle unsere Elektro-Pokamon haben. Ich glaube, Acer war sogar Pflanz-Elektro, das wäre recht krank. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Oh. Ich bin sehr OP in der Arena. Jetzt haben wir's überleben. Das sagt, ich bin Blockjahro, dann starb er. Dieses Massaker. So. Achso, ich will mal ganz kurz gucken. Das habe ich die ganze Zeit überlegt getan, in der Tat. Ah, es sieht gut aus, wir haben 70 Pokébälle, Alter. Was passiert, wenn Kaitos so viel Geld hat? Bei der falsche Weg. Shit. So. Jetzt geht's weiter mit der Geschichte. Holy shit. Den wir sechs Minuten lang die Schlüssel gesucht haben. Das ist die Bitch, die seinen Schlüssel verloren hat. You got the key, thanks. No, I can promise I can talk to you. It leads you. Blah. Okay. Okay, bring mich hin. Holy shit. Vielleicht wird der Part jetzt noch irgendwie gerettet. Je nachdem, ob ich in diesem Part sterbe oder nicht, werde ich vielleicht auch weiter aufnehmen. Oh ja, if you wanna go back to me, Paul, just tell me. I will take you there. Sinterviert auf mich warten. Wir sind auf Route 9, wir können ein Pokémon fangen. Holy shit. Mein Doc vorne. Scheiße, hätte ich drüber nachgegeben. Doch, noch Donnerweide? Okay, dich haben wir eh schon. Wir dürfen doppelt fangen, aber ich werde es nicht tun. Wieso sollte ich? Wie viel zockt ich? Kann ich nämlich ein bisschen trainieren, deswegen. Schön. Gut, dass du mit weiterst, weil ich glaube, wir haben wir einen EP-Teil. Okay. Okay. Das ist fein. Und wir sind schon ab, bevor ihr go swimming. Ich muss mich doch daran gewöhnen, dass es hier nicht dieses Pling-Geräusch gibt. Schön, mehr Training für uns. Das Schöne ist, ich gehe so fehl auf Dab, weiß ich aber, dass mein Mikrofon geht. Echt, wir haben da keine Probleme mit. Du hältst dich bitte nicht so weit auf, dass du nicht direkt stirbst, okay? Das wäre ganz nett von dir. Hoffentlich kriege ich mein einziges Pokéball-Yoga. Ich habe nicht gelesen, was kommt, aber egal. So. Hau drauf, Doc. Das ist genauso viel aufzuhalten wie das andere. Es ist sogar noch weniger. Super. Also ich glaube, Doc kann hier wieder so richtig aufmachen. Das ist schon ein bisschen länger her, dass Doc richtig aufmischen konnte. Von daher freut mich das ein bisschen. Oh, aufgäller will ich auf. Ich werde aber außerdem, wenn ich jetzt wirklich ein besseres Pokémon fange, wahrscheinlich Wolfgöl erst mal wieder aus dem Team raus tun, weil wir hatten Paluten schon so ähnlich. Es ist halt wirklich einfach Paluten nochmal. Es ist gruselig. Wir haben wohl Pflanze als auch... Ne, wir haben kein Wasser, oder? Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Nein, ich nehme auf. Ruf mich nicht an. Verborgene Nummer, ich hasse dich. Ich gehe eh nicht an verborgene Nummer, von daher ist mir das auch egal. Warum während der Ausnahme? Es gibt jetzt nicht diese Schrubffige alleine, oder? Schrubffige. Sorry Paluten. Ich will immer auf Donnerwelle gehen, aber das bringt nicht so viel. Das war ein One-Hit. Doc übertreibt komplett. Aber ich bin sowieso irgendwann bei... ...Light-Wolf-Girl, aber... ...Weeh. Dann trainiere ich erst mal jemand weiter, der vielleicht länger bleibt. Vielleicht. Herzlich versprechen, weil wir haben so viele Elektro-Pokémon, ganz im Ernst. Und Doc werde ich sowieso behalten, weil... ...die war von Anfang an dabei. ...die werde ich sehr wahrscheinlich, sehr... ...wir haben sogar, glaube ich, vier Elektro-Pokémon drin. Das ist der Wahnsinn. Okay, die werde ich behalten, weil Lope... ...für zielfriege Sau, und es kann sich noch entwickeln, von daher. Oh, ja. MS. I-Train-E-Kot. Fuck. Okay. Donnerwelle. Als ob ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen sehr viel große Angst gerade. Friendly, Mia-Ball, Poké-Ball, ich habe Angst. Ich habe gerade wirklich ein bisschen Angst um Doc. Scheiße kann er nicht noch mal einsetzen, wenn du noch halber Käse war. Das ist ja geil. Der Poké-Ball takes it, whatever it does. It can ride waves that are bigger than ten meter tall. Holy shit. So damit vielleicht Wolfgurl. Der Fright. Was das überhaupt reinsteht, das passt nicht rein. Fuck. Halt nur Foxy. Immer Foxy, du bist... Ich hätte jetzt ein Schnittprogramm hätte, hätte ich jetzt da rangezoomt. Aber ich habe kein Schnittprogramm. Ja, Box Island, das ist... Siehste? Ich denke daran, meine Pokémon werden nicht auf irgendwelche Toten Wasser drauf schickt. Schön, dass du direkt drin geblieben bist. Aber wir werden weiter kämpfen, weil das wahrscheinlich alles Wassertrainer sind. Und das kommt uns zugute mit unseren Elektro-Pokémon. Das ist wieder so ein Pokémon, das wird uns ganz doll zerfetzen, weil ich nicht weiß, was es ist. Ich bin Kelly rein, weil ich glaube, Kelly kann handle everything. Ich habe so... Ich bin so gut, ich habe es gewusst. Wackelig, Kelly, super. Schöne ist, ich bin... wo ich denn... ja... ah... andere zusammenspielen kann. Schöne! Nicht deine Schwester! Nee! Wo ich ein bisschen mehr mit der anderen zusammen spiele, habe ich auch die Chance, der weibliche David reinzunehmen, weil... Oh, wie siehst du denn aus? Holy shit! I had to surf with the waves, but I can't find my surfboard! Ich schätze ein bisschen, dass man nicht hört, wenn die kämpfen wollen. Das ist seltsam. Guck dir das ZX-Pack an, das ist Rau. Ich filme ein, du bist Rau. What the fuck? Rau ist Krabby. Grill-Ess. Ich glaube, ich würde hier einfach durchfetzen, ey. Es ist doch bestimmt noch ein Pokémon-Typ Elektro mit Elektro-Attacke. Was ich noch ein bisschen trainieren kann, oder? Ich habe nicht aufgepasst, was reinkommt. Und ich kenne ich ja schon. Weiblich. Oha. Hat sogar einen Fuchsschwanz. Das ist doch... Das ist doch perfekt. Bisschen blau. Du hast ein bisschen viel zu getrunken, Foxy, aber es ist in Ordnung. What it is! Die Leute, was mich freut, wir haben jetzt wieder sieben Pokémon. Also wenn eins stirbt, können wir noch ersetzen. Oh, das tut gut. Ähm, dann switchen wir kurz zu Acer. Acer? Ich weiß es nicht mehr. Du hast es mir mal geschrieben, aber das ist schon so lange her. Ich will auch erstmal Max, aber... Ich brauche mir erstmal... Ich brauche weitere Pokémon. Es tut mir leid, aber... Ich weiß nicht. Ich meine, Max hat nicht so viele Schwächen, aber wenn er getroffen wird, ist es dann auch schon wieder vorbei. Ist der eigentlich dumm? Ihr dürft ihr diese Fragen beantworten? Ihr bitte nicht. Ich weiß, dass du Locki... Das... Welche Ei trägst. Es ist total okay. Du sollst es nicht tragen. Du solltest Einzahl bekommen. Ich will grad kurz gucken, was die überhaupt für Attacken haben, Junge. Ich weiß es nicht. Äh, nicht für Attacken. Doch. Das interessiert mich bei dir schon. Okay. Mit... Backhole kriegt da... Späteile. Nichts. Der Wolfgöl, dass du nichts trägst. Es tut mir leid, aber wie gesagt... Ich weiß gar nicht, ob du meine Videos guckst. Guck mal, da ist ein... ...polles Hunt. Ich bin witzig. Wir hätten diese komische Schildkröte fangen können. Ich... ...Gestein... Boden... Es ist dicht. Wir probieren uns aus, ob's Boden ist. Ist Boden. Schlechtgestein unten. Es ist dicht, ich weiß es dicht. das ist das richtige vorgetan hat dieses herrschen weil wir haben jetzt ein wasser pokobot übrig hey im building my own sandcastle be careful sei du careful bis dann hat es nicht so ein poketrex ein tag wo kohles hand ist super leute ich ganz reizert ihr fehlts an deutschlandskraft fehlt der magnet sieht man wie gut es gerade läuft ich meine ich habe nicht ein problem das liegt auch an den vielen elektro pokémon in meinem team aber ich habe kein problem das ist schön das ist so als ausnahme und so bei karsel ich es steht noch vor wenn sich nicht frisst oder so wie eigentlich zu schneiden ja kannst du schneider ja schön dass ich doch heute doch habe der wahnsinn hier russberry müssen schauen ob foxy headbutt lernt verfolgen ich das vergesse erinnert mich in den kommentaren bitte dran weiß immer noch jobs dieses komische wie die spiel auch gibt es wäre recht cool ist in ordnung ein bisschen schneller frau der part geht schon 16 minuten ich werde also wieder 20 minuten machen wenn ich nicht vergesse ich meine wieder sind ja sowieso mangelware wie gesagt ich wusste vorher nicht wie es weiter geht ich hätte auch nicht wirklich so leid geht es wieder so einigermaßen jetzt kann ich auch weitermachen ich habe deutsch pokémon auch gute 9 auch geil dass das so schnell vorbeigeht die und hier bekommen wir fliegen weiß ich schon nicht böser mensch kam hier du ketsch geräusch so i can evolve it into kail k musik geht richtig ab vor allem wir haben eisen gefunden ab zu smelterry ja ich bin so witzig das ist ein paratis die die sind die sind die warte zu gelächsingen tut mir leid dass ich immer noch kein englisch kann kann ich nicht okay I was fishing, I found a real child. I don't know what it is, so you can have it. Hellbale. Ich weiß auch nicht, was es ist. Das macht nichts, weil... Oh, okay. Das ist nice. Das ist sehr nice. Das ist unser Poké-Set. Ich will wissen, was Foxy noch so alles kann, außer diese Selbstmörder-Attacke. Das ist Jim, oder? Das ist das Aquarium. Ich werde niemals in dieses Poké-Set erfinden. Ich rede nicht mit dir, Frau. Nee. Aquarium ist awesome. Jetzt keiner reminds mir of Aquarium back from the Carlos Region. Pokémon in der Aquarium awesome. Would you like to fish, Tim? Oh, yes. I have something for you. Puh. Ich erinnere mich an diese wunderschöne Animation. Die Pokémon only evolves when we first a special stone. Schön. Gib mir diese Steine, Frau. Willkommen, du weiterhackt. Warte, please enjoy. Ich bin gar keine Fische drin, Junge. There are so many volatile Pokémon. I love it. Ich bin wie du willst, sie. Knall als der Seaweed. They can be found on the store around the Bricotte Region. Gliedtot. Jellyfish-Pokal. We can all depend on Bergender. Stumpet, das Schrimp-Pokabon. I always found that huge clusters at sea, making it hard to single one out. Okay. I'm all, I'm going to be a Water-Type-Pokabon-Master. Catch them all, the Water-Pokabons in the world. Drachen-Lady. Warte, ich bin was. Das ist bestimmt Flo. So hat mich letztens, hat meine Drachen-Pokabon letztens weggekriegt mit seinen Wasser-Pokabon. Shit-Eis-Attacken. Whitehead is one of the most beautiful cities in the Bricotte Region. And it, with the, with its aquarium and the fishing content, it has the best side. Fishing content? Is the item helpful? You should use it as much as quick. Was hat die alle für Probleme? Ich hatte auch in dieser komisch schönen Hot-City, den Typen, der gefragt hat, ob das Item noch hilfreich war. Ich habe von denen jeweils geschenkt bekommen. Oh, you love to go to the beach, but I have to do my job. Ach, du willst the beach. Ja, das ist natürlich Pech. Hallo. I ate Ocean-Pokabon-Zoom, but I have to eat one of me. Okay. Ja, ja, Ocean-Pokabon-Zoom, but I love it. Holy shit, Leute. Die fressen Pokémon. Poking an Ocean-Pokabon-Zoom. Über eine Taste? Nee. Aber wir haben jetzt nicht 20 Minuten, deswegen erinnere ich jetzt diesen Part. Im nächsten Part gucken wir uns diese Stadt weiter an. Und wir sind nicht gestorben. Hey! Dann. Dann. Dann.